Um das Fremdsein geht es in dieser blauen Stunde. Ein Begriff, der so vieles bedeuten kann. Es kann ein Gefühl sein. Ich kann mich fremd fühlen in einem Land, einer Stadt, einer Gruppe. Ich kann mir auch selbst fremd sein. Oft bedeutet Fremdsein aber auch anders sein, Ausgrenzung, Ablehnung, Hass, Konflikte, Gewalt. Meine Gäste auf dem blauen Sofa haben sich in ihren Büchern auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema Fremdsein auseinandergesetzt. Ich darf begrüßen Andreas Kossert. Er hat viele Jahre zum Thema Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert geforscht, Bestseller dazu geschrieben wie kalte Heimat. Flucht, eine Menschheitsgeschichte heißt sein neues Buch. Denn Flucht ist ein Thema, das uns alle angeht, weil es jeden von uns treffen kann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Ahmad Mansur. Er lebt seit 2004 in Berlin, arbeitet für Projekte gegen Extremismus, viel mit Jugendlichen. Sein jüngstes Buch, Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass, geht der Frage nach, wie wir als Gesellschaft gegen das Virus des Rassismus und seine zerstörerische Kraft angehen können und sollten. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch Elsa Köster. Sie arbeitet als politische Redakteurin bei der Wochenzeitung Der Freitag. Couscous mit Zimt ist ihr erstes Werk, ein Familienroman rund um drei Generationen, drei starke Frauen und ihre Verbindung zur französischen Kolonialgeschichte. Es ist ein Roman auch um die Frage von Identität und Heimat. Frau Köster, Couscous mit Zimt hat ja auch autobiografische Elemente. Sie haben es angefangen als einen persönlichen Roman, aber dann haben sich die Figuren verselbstständigt. Genau, so war das. Ich habe angefangen mit dem Roman, als ich das erste Mal seit langer Zeit wieder im Mittelmeer war, nach langen Jahren. Und als ich da ankam, dass Licht und die Gerüche mich, also eine Sehnsucht in mir frei ausgelöst haben, die mich ein bisschen überwältigt hat und die ich nicht ganz verstehen konnte. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, dass meine Mutter in Tunesien groß geworden ist, also bis sie 14 war und dann als Kolonialfranzösin und dann als Piennoir nach Frankreich gekommen ist mit 14. Und man sagt, die Franzosen sind zurückgekehrt, aber mir wurde klar, sie ist ja gar nicht zurückgekehrt, denn sie ist ja nie vorher in Frankreich richtig gewesen, höchstens im Urlaub. Und genau so habe ich angefangen, den Roman zu schreiben über Marie, die aus Tunesien mit 14 nach Frankreich gekommen ist und sich dort fremd gefühlt hat, als eigentlich in Tunesien Aufgewachsene und mit der französischen europäischen Kultur erst mal gar nicht so viel anfangen konnte, weil sie ein ganz anderes Leben geführt hat als Kind in der Natur, viele in der Natur unterwegs in Tunesien. Und so habe ich mich langsam durch die Familiengeschichte gehangelt. Und Couscous mit Zimt heißt das Buch, auch weil bei uns in der Familie an Feiertagen Couscous gekocht wird. Das ist immer noch so. Das ist immer noch so. Und das war für Freunde von mir komisch. Ich fand das nie komisch. Und die Frage in der Familie ist immer, das richtige Rezept zu finden oder die richtige Gewürzmischung. Couscous kocht man mit Rassel Ranout. Das ist eine Gewürzmischung, wo Zimt eine Rolle spielt. Und die Frage ist immer, wie viel Zimt. Denn zu wenig, dann ist er nicht würzig genug. Wenn man ihn aber rausschmeckt, dann ist eigentlich das Gericht nicht gelungen. Dann war es daneben. Sie haben erwähnt, Ihre Mutter ist als Pienois aus Tunesien gekommen. Mich hat das erstaunt, dass in dem Roman, das so selbstverständlich thematisiert wird, in Frankreich ist das ja ein sehr rassistisch konnotiertes Schimpfwort fast. So habe ich es erlebt, als ich Anfang der 80er in Frankreich studiert habe. Ist das in Tunesien anders? Wie es in Tunesien ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kann sagen, wie es bei uns, also ich weiß, dass es in Frankreich ein Schimpfwort ist. Pienois heißt Schwarzfüße. Man weiß nicht genau, woher es kommt. Es gibt die Geschichte, dass französische Soldaten schwarze Stiefel hatten bei der Kolonisierung von Algerien, Marokko und Tunesien. Und man deswegen Pienois sagt, es gibt die Geschichte, dass es mit der Ernte und dem Wein zu tun hat. Und dass von dem Weinstampfen mit den Füßen Rotwein und die Füße dreckig wurden. Und bei mir in der Familie hat man sich erzählt, nein, das ist, weil wir uns in Maghreb die Füße verbrannt haben. Also wir haben versucht, uns das Land zu nehmen. Wir haben uns die Füße verbrannt und mussten deswegen zurück. Es war zu heiß. Das heißt, dieses Abwertende spielte, glaube ich, eine große Rolle für die Franzosen, die zurückgekehrt sind nach Frankreich. Es hat diese rassistische Komponente von sich dreckig gemacht zu haben, was einfach an diesem krassen Rassismus gegenüber der arabischen Kultur liegt. Also zu stark mit der arabischen Kultur in Kontakt gekommen zu sein und jetzt keine richtigen europäeren Französinnen mehr zu sein, sondern sich dreckig gemacht zu haben. Und es gab auch solche Beschimpfungen. Und das zum Beispiel auch, weil man sich angewöhnt hatte, auch als Franzosen in Algerien oder Tunesien, auf dem Markt an dem Obst, Gemüse zu riechen, um zu gucken, ob es reif ist. Und das galt in Frankreich jetzt total verpönt. Die Nase, das macht man nicht, das ist unzivilisiert. Und so haben natürlich dann die Franzosen einen gewissen Rassismus erfahren, als sie in Frankreich ankamen, aus Algerien, den sie vorher vielleicht selber ein bisschen kultiviert haben gegenüber der arabischen Bevölkerung als Kolonial-Französin. Und das fand ich sehr interessant, wie sich sowas wandeln kann. Also wer plötzlich, wer herabsetzt und plötzlich in die Rolle kommt, herabgesetzt zu werden. Wer plötzlich ausgegrenzt wird. Herr Mansour, Sie haben Ihr Buch den Pädagogen und Sozialarbeitern gewidmet, die von unserer Gesellschaft oft viel zu sehr allein gelassen werden. Und Sie schreiben aber auch viel über die Einsamkeit und die Sprachlosigkeit der Kinder, mit denen Sie arbeiten. Ja, in diesem Fall einen Tag nach Hanau. Ich war zufällig in einer Schule und auf dem Weg dahin, da kam die Erinnerung hoch, weil ich natürlich auch mit dem Terror groß geworden bin. Und da war es schon programmiert, wie, was passiert eigentlich. Mit dem Terror groß geworden, weil Sie in Israel geboren wurden. Genau, ja. Also ich bin mit 28 nach Deutschland gekommen und habe eigentlich die Hoffnung gehabt, das hinter mir zu lassen. Und auf einmal sitze ich im Auto auf dem Weg zur Schule und ich merke, dass diese Erinnerungen hochkommen. Und ich habe gewartet auf diese Solidarität, auf dieses Programm, der eigentlich immer abläuft in Israel, ein paar Stunden nach dem Anschlag, wie in den Schulen mit den Kindern umgegangen wird, was man eigentlich erzählt, wie man die Menschen auch seelisch unterstützt. Und ich kam in eine Schule und das Leben ging weiter. Und ich habe dieses Gefühl, diese Unterstützung, diese Solidarität gesucht und nicht gefunden. Übrigens nicht nur nach Hanau, sondern fast bei allen Anschlägen, die ich in Deutschland erlebt habe. Und ich habe leider mehrere erleben müssen. Und da kam bei mir die Frage, was machen wir eigentlich als Gesellschaft? Wie gehen wir damit um? Wie verlassen wir diese Sonntagsreden und diese Mahnwachen, die immer kurzfristig sind und gehen in Richtung wirklich Unterstützung von Opfer und von potenzialer Opfer von Terrorismus? Und wie können wir das nachhaltig vor allem machen? Und das ist die Frage, die ich im Buch versuche zu beantworten. Sie machen ja auch ganz konkrete Vorschläge. Wo setzen Sie vor allem an? Also ich mache das immer für die Politiker, weil ich habe beobachtet bei meinen letzten zwei Büchern, dass sie nicht so lange lesen wollen und sie wollen ganz konkrete Vorschläge. Das habe ich immer gemacht und auch dieses Mal. Und dieses Mal aber vor allem als Psychologe. Weil ich habe die Frage nachgegangen, was hilft eigentlich gegen Rassismus? Welche Rezepte werken auch in den Forschungen? Und die Einzige, was hilft, ist Begegnung. Begegnung auf dem Auge nur, mit den Menschen zusammen zu sein, mit den Menschen zu leben, in den Schulen zu gehen, zusammen zu wohnen. Und dann versuche ich, die Frage zu beantworten, auch für die Politiker, wie kann eine Politik aussehen, die Begegnung im Alltag schafft, Rassismus abbaut und vor allem uns auch präventiv sozusagen stark macht gegen Antisemitismus und Rassismus. Wie kann eine empathische Gesellschaft entstehen? Wie können wir Empathie wieder als ein Ziel, auch in unserer Erziehung, auch bei unseren Kindern? Ja, und das sind Fragen, die mich nicht nur seit jetzt Hanau beschäftigen, sondern in meiner Arbeit auch im Gefängnissen, auch mit radikalen, extremistischen Personen, etwas, was, ja, seitdem ich fast in Deutschland bin, mich begleitet. Da werden wir sicherlich gleich auch noch drauf kommen. Empathie auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Stichwort. Herr Kossert, Sie beschreiben Flucht als eine fundamentale Menschheitserfahrung, im Grunde genommen von der Bibel bis Syrien, also ein sehr mutiger Bogen und Sie wollten mit diesem Buch, so sagen Sie es selber, den Flüchtlingen auch ein Gesicht geben. Wie sind Sie da vorgegangen und warum war Ihnen das so wichtig? Ich fand es einfach immer wieder interessant, als jemand, der sich lange mit vor allem deutschen Vertriebenen und vor allem auch europäischen Vertriebenen im 20. Jahrhundert beschäftigt hat, letztendlich, wo wir auch gemeinsame Erfahrungen haben. Denn wir unterscheiden historisch und aktuell so oft über die guten und die schlechten Flüchtlinge. Flüchtlinge werden ganz oft hierarchisiert. Und letztendlich gibt es erfahrungsgeschichtlich so viele Gemeinsamkeiten, die alle Flüchtlinge und Vertriebene, die zwangsweise ihre Heimat verlieren, verbindet. Was nehme ich mit, wenn ich fünf Minuten Zeit habe, zu packen? Was ist mir wichtig? Und die Ungewissheit des Weges zum Beispiel oder die Gewalterfahrung auf dem Weg, das sind Sachen, die verbinden und mir ging es einfach um einen Perspektivwechsel. Einmal die Welt aus der Perspektive von Flüchtlingen zu sehen. Und zwar, dass so in einem Durchgang, wie Sie es gerade beschrieben haben, vom Alten Testament, das ja wirklich eine Fluchtgeschichte, eine Exilgeschichte ist, bis heute. Was ist denn da für Sie der große Rahmen? Also was verbindet diese Flüchtlingsgeschichten? Es ist die Erfahrung des zwangsweise Aufbrechensmüssen, das Verlassen von Heimat unter Zwang und Gewalt. Und dann nicht zu wissen, wohin man kommt. Das ist keine freiwillige Entscheidung. Und man weiß auch nicht, ob man sicher ankommt. Und dann die Fragen, was erwartet mich nach dem Ankommen? Darf ich bleiben? Das Lager, eventuell ein Transitraum? Und dann, was bedeutet dieser erzwungene Verlust für Flüchtlinge und Vertriebene? Denn Sie leben ja in dieser ständigen Ambivalenz zwischen der Alten Heimat und der Gegenwart, weil sie sie zwangsweise verlassen mussten. Und genau diese Spannung, glaube ich, diese Ambivalenz macht eben es schwierig auch für Flüchtlinge und Vertriebene, was bedeutet Identität ganz konkret für mich, wenn ich zwangsweise meine Heimat verlassen musste. Darf ich da gleich einhaken? Denn ich muss sagen, da fällt quasi mein Buch oder das, was ich erzählen möchte, schon wieder raus. Denn fliehen mussten Piennois oder zumindest meine Familie aus Tunesien nicht. Es ist ein bisschen anders als in Algerien, wo es Krieg gab, wo auch viele Franzosen von heute auf morgen genau, wie Sie sagen, den Koffer packen mussten in fünf Minuten und zusehen mussten, dass sie wegkommen. Aber in Tunesien gab es keinen Krieg. Es gab einige Anschläge, aber es gab nicht diese große Gefahr. Auch meine Familie konnte ganz in Ruhe den Umzug planen, alles mit einpacken, was man brauchte. Es war ein Umzug, es war keine Flucht. Und dazu kommt natürlich, dass bei der Rückkehr quasi, also die meisten oder sehr viele Piennois hatten noch Familie in Frankreich, konnten also erstmal irgendwo ankommen, unterkommen. Das heißt, ganz viel von dem, was Sie sagen, trifft eigentlich ja nicht zu. Und gleichzeitig ist unser Thema heute ja Fremdsein. Und das finde ich interessant, auch nochmal den Unterschied zu machen zwischen Flucht und Migration. Und dann nochmal weiße Migration ist nochmal was anderes. Also wir wissen ja, ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland haben Migrationshintergrund. Damit da ist mitgezählt auch weiße, also Leute, die auch aus Frankreich oder Großbritannien oder Schweden nach Deutschland gekommen sind, die gewisse Erfahrungen der Fremdheit sicherlich machen, aber keine Fluchterfahrungen, oft keine Gewalterfahrungen und auch keine Diskriminierungserfahrungen machen. Und also da wäre mir wichtig, dass man das auseinanderhält. Absolut, was auch ja auch die Flüchtlingsfälle von 2015 zum Teil auch trifft. Also es waren richtige Flüchtlinge dabei, die genau diese Erfahrung gemacht haben. Und es waren Menschen, die ihre Heimat aus unterschiedlichen Gründen verlassen wollten oder verlassen mussten, Menschen, die teilweise auch die Zeit gehabt haben, auch alles zu vorbereiten auf dem Weg hierher. Aber trotzdem diese Fremdsein, also ich bin auch kein Flüchtlinger. Ich habe entschieden, bewusst das Land zu verlassen aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe mein Flugzeug genommen, bin hierher gekommen. Und für mich waren die ersten Monate und Jahre ein Trauma, eine seelische Belastung. Irgendwo da zu sein, wo man hilflos, wo man auch sprachlos, wo man sich nicht beteiligen kann, wo man wie ein Kind alles neu lernen muss. Und zwar nicht nur die Sprache, auch die Kleinigkeiten, wie man miteinander umgeht. Und das Thema Rezepte ist etwas, was mich absolut bis heute begleitet. Und viele Menschen, mit denen ich auch arbeite im Alltag, also diese Heimat hierher zu holen. Also ich versuche zum Beispiel mit Hummus das irgendwie zu erreichen. Also den Hummus zu kochen, um ein bisschen Heimat zu haben. Auch wenn ich immer reise und meine Familie besuche, ich komme immer mit dem Heimat zurück. Ich bringe 25 Kilo das, was ich darf, an Essen, was ich hier in Deutschland nicht habe. Und ich versuche das im Tiefkühlschrank so lange zu behalten, damit ich diese Heimat in mir trage. Und das sind Erfahrungen von Fremdsein oder diese Erinnerung an Heimat, die Menschen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auch begleitet. Was ich sehr interessant finde in Ihrem Buch, Sie beschreiben ja auch gerade zu Beginn die Diskriminierungen, wie Sie, obwohl Sie sicherlich mit am besten qualifiziert waren in der Charité, eine Position nicht bekommen haben, weil Sie, wie es Ihnen hinterbracht wurde, furchterregend aussahen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Unterschreiben Sie auch, ich habe natürlich auch Fehler gemacht. Wer macht keinen Fehler? Ja. Also das ist genau auch, was ich in diese Debatte reinbringen will, die Komplexität des Themas. Ich will Verantwortung übernehmen. Also ich bin erst mal dankbar, überhaupt hier sein zu dürfen, überhaupt hier mitgestalten zu dürfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Wenn man meine Geschichte anschaut, wie ich ankam, wie unsicher ich war, wie katastrophal meine deutschen Kenntnisse waren und so weiter und so fort. Ich bin dankbar, heute hier sein zu dürfen, mein drittes Buch zu präsentieren. Ich gehöre zu Menschen, die zugehört werden in diesem Land, die auch eine Meinung aussahen können. Ich bin dankbar, hier zu sein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war nicht immer schlecht, sondern die meisten davon waren sehr, sehr positiv. Aber trotzdem gibt es auch in diesem Land Menschen, die leider viel mehr Diskriminierungserfahrungen machen. Es gibt Menschen, denen man helfen soll. Es gibt Menschen, die sich fremd fühlen wollen, die auch in allen möglichen Diskriminierungen reininterpretieren. Es gibt alles. Das Thema ist super komplex. Rassismus ist ein universales Gefühl, universales Vorurteil, das bei allen möglichen Menschen auftauchen kann. Und ich habe gelernt, für mich und auch das, was sich auch Jugendlicher versucht beizubringen, wir können lange warten, dass diejenigen, die uns diskriminieren, sich ändern. Wir müssen das was tun. Aber wir müssen uns stark machen, um diesen Menschen auch zu begegnen und ihnen klarzumachen, das Problem bin ich nicht. Das Problem ist Gegenüber, der mich jetzt gerade diskriminiert. Und diese Stärken von Menschen in ihren Handlungsmöglichkeiten ist auch eine super Methode, um die Menschen auch gegen Rassismus und Diskriminierung auch stark machen zu können, damit es auch irgendwann aufhört oder mindestens wenig wird. Aber es wäre auch ein Ansatzpunkt, um Gesellschaft zum Positiven zu verändern. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, Herr Kossert. Sie sagen, es ist falsch, Flüchtlinge in einer Opferrolle oder auf einer Opferrolle zu reduzieren. Flüchtlinge verändern die Gesellschaft. Genau, aber das erkennen wir eben nur, wenn wir ihnen zuhören. Das hat Ahmed Mansour gerade gesagt, eben das Zuhören. Wie erreichen wir es, dass zum Beispiel Flüchtlinge mit unterschiedlichen Fluchterfahrungen miteinander ins Gespräch kommen und sie nicht hierarchisieren, sondern wirklich sich zuhören und eben zu begreifen, dass eben ein Nachbar, eine Nachbarin vielleicht unter einem Heimatverlust leidet, der eben durchaus traumatisch sein kann. Und diese Geschichten sich anzuhören und ernst zu nehmen, sind meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Bestandteil, damit Integration überhaupt gelingen kann. Das ist also eine Grundvoraussetzung dieses Zuhören. Gab es Phasen, wo besonders gut zugehört wurde? Also wenn es um Flüchtlinge und Vertriebene geht, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also das ist ein beständiges Muster. Sie kommen und müssen sich eine Stimme verschaffen. Genau, ja. Und erst mal letztendlich Willkommenskultur ist die historische Ausnahme. Das muss man also ganz deutlich sagen. Und wir merken eben auch, wenn Flüchtlinge offensichtlich zu lange bleiben, dann verändert sich oftmals auch die Stimmung im Land. Und letztendlich geht es eben auch immer wieder um Fremdheit. Und das ist eben ein Cultural Clash. Und nach 1945 wurden eben auch die, zum Beispiel die Deutschen, die aus dem Osten kamen, auch als Fremde angesehen. Und Fremdheit, unsere Vorstellung von Fremdheit verändern sich eben auch im Laufe der Zeit. Und das ist eben interessant, das auch an Beispiel von Flüchtlingen zu zeigen. Ich bin gerade in meinem Kopf noch ein bisschen beschäftigt mit diesem Begriff der Dankbarkeit. Denn, weil Sie gesagt haben, Sie sind dankbar, dass Sie hier sein dürfen. Ich habe dann gedacht, ja, okay, ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht. Also ich habe auch einen deutschen Vater, aber ich glaube, auch meine Mutter hat dieses Gefühl nicht gehabt, dankbar zu sein, in Deutschland sein zu dürfen. Oder in Frankreich, obwohl sie das ja vielleicht hätte haben können. Also die Familie ist nach Tunesien gegangen, hat sich da quasi illegitim eigentlich Land eingeeignet. Dann ist es schief gegangen. Dann kann man ja auch sagen, man ist dankbar, dass man doch wieder zurück darf. Und ich glaube aber, schon diese Dankbarkeit ist schon so eine Fremdsetzung, die mich beschäftigt. Denn niemand würde auf die Idee kommen, mir zu sagen, wenn ich hier irgendwie das politische System kritisiere oder wie irgendwas läuft, sei mal ein bisschen dankbar. Da würde keiner drauf kommen, also mich in diese Rolle zu versetzen. Während auch die Kinder von Menschen, die als Migranten hergekommen sind, aus der Türkei etwa, ja immer noch damit konfrontiert werden, seid doch dankbar, dass ihr und eure Familie hier sein dürft. Das heißt, ich glaube, das eine ist Fremdsein, wo ich mich viel identifizieren konnte mit diesem Hummus. Also wenn ich in Tunesien bin, dann kaufe ich auch unglaublich viel von allem, von dem meine Mutter mir. Aber das, was sie mir mitgebracht hat, gezeigt hat, gesagt hat, toll, aus Tunesien so dragierte Mandeln. Denn wenn ich die esse, dann, das mache ich auch so, ich mir die ganz lange aufbewahre, bis ich die letzte esse. Und das ist immer ein Stück dieser Familiengeschichte. Ein Stück Heimat. Ein Stück Heimat. Einer meiner Heimat. Einer ihrer Heimaten. Das heißt, da identifiziere ich mich. Und gleichzeitig gibt es einen großen Unterschied, in dem, wie ich, also selbstverständlich werde ich als Mitglied dieser Gesellschaft wahrgenommen. Also das ist so selbstverständlich, dass ich von mir keine Dankbarkeit dafür erwarte. Naja, ich erwarte auch nicht, dass meine Tochter zum Beispiel, die hier geboren, die zu dieser Gesellschaft von Anfang an gehört, auch dankbar sein, dass sie hier in Frieden und in Sicherheit leben darf. Das erwarte ich von Ihnen nicht und ich erwarte von keinem. Ich rede über meine persönliche Erfahrung. Ich bin dazu gekommen. Das heißt, ich konnte einen Beamter haben im Ausländerbehörde, der mir sagt, Herr Mansour, Sie haben kein Recht, hier zu bleiben. Also ich habe das so bürokratisch durchgemacht, dass ich jedes Mal dankbar sein, dass ich hier bleiben durfte. Das ist nicht selbstverständlich. Bei Migration, bei Flüchtlingen ist es nicht. Ich treffe auch Menschen aus Afghanistan, die sitzen in einer Willkommenklasse in Bayern und sie wissen, dass sie das Land verlassen müssen. Und das sind ganz andere Voraussetzungen, die dabei sein. Und ja, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass ich nicht nur hier sein darf. Ich bin dankbar, dass ich eine Stimme bin. Ich bin dankbar, dass ich hier in Sicherheit leben kann, weil ich das auch anders kenne und weil es auch sehr einfach in eine andere Richtung gehen konnte. Aber ich erwarte das von niemandem. Und natürlich erwarte ich das nicht von der zweiten Generation türkischstämmigen, die hier geboren aufgewachsen sind. Natürlich gehören sie zu diesem Land. Aber ich erwarte von jedem in dieser Gesellschaft, dass er zu unserem Wir-Gefühl gehört, dass er unseren demokratischen Grundprinzipien treu bleibt, egal ob mit oder ohne Migration, Hintergrund. Und es steht in meinem Buch, die Trennlinien dürfen nicht zwischen Herkunft und Migration, Hintergrund oder ohne, mit Flucht oder ohne, sondern die Trennlinien sollen da laufen, wo Menschen sich demokratisch aussahen oder verhalten und undemokratisch verhalten. Und dann haben wir ganz andere Trennlinien als die, die in der Gesellschaft gerade laufen. Es sind auch Trennlinien, die viel mehr Gleichheit erlauben. Absolut. Also weil sie im Grunde genommen die Gleichheit zum Ursprung nehmen. Ich würde gerne noch mal auf den Begriff der Identität und der Veränderung dieses Blicks auf Identitäten zurückkommen. Also wir haben ja alle viele Identitäten, mehrere. Also bei dem einen wird das offensichtlicher als bei dem anderen. Also bei Ihnen beiden vielleicht auf den ersten Blick offensichtlicher als bei mir. Beginnt die Problematik da, wo Identität sich mit Ideologie koppelt? Also eigentlich reduziert wird auf eine einzige Identität? In der Realität gibt es keine einzige Realität. Aber wenn sie aufgezwungen wird durch Erziehung, durch die Mehrheitsgesellschaft, durch die Begegnung mit den Menschen, dann ist es kein Wunder, dass die Menschen auf der Suche nach etwas sind, was eigentlich gar nicht existiert. Also zum Beispiel Muslim sein und nur Muslim sein oder Türke sein und nur Türke sein. Und vor allem sehen wir diese Probleme, wenn eine Identitätsverlustängste dazukommen. Das heißt Menschen zum Beispiel, die nach Deutschland gekommen sind und auf einmal merken, durch die Migration, durch das Aufenthalt hier in dieser Gesellschaft, sehen sie ihre Identität in Gefahr. Dass die Tochter zum Beispiel jetzt freizugig wird und dann einen deutschen Freund hat. Übrigens bei der Mehrheitsgesellschaft genauso. Also durch die Flüchtlinge, die in Deutschland sind, haben Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl, okay, meine Gesellschaft geht irgendwie hier oder verändert sich oder sie geht kaputt und meine Identität hier ist in Gefahr. Man kann eigentlich das ganze Islamdebatte in Deutschland in diese Identitätsverlustängste auch sehen, von beiden Seiten. Wir haben Menschen, nur ganz kurz, wir haben Menschen in der dritten Generation, die zum Beispiel auf der Straße immer noch als Ausländer, als Türken, als Muslimen wahrgenommen werden. Sie gehen nach Hause und werden von ihren Eltern als Deutscher beschimpft werden. Und dann suchen sie irgendwo eine andere Identität, wo sie sich abgrenzen können. Also Identität ist nie eindimensional, sie ist immer unterschiedlich. Und wir müssen auch in unserer Erziehung den Kindern die Möglichkeit geben, nennt man in Psychologie Selbstentfaltungsversuche, ihre Identität selber zu suchen und auch sich in unterschiedlichen Identitäten frei bewegen zu können. Und die nicht aufzuzwingen. Ja, absolut. Es gibt eine Figur, die in Ihrem Roman sind ja, so habe ich es zumindest gelesen, schon sehr zerrissen. Und über Strecken haben Sie eigentlich gefühlt überhaupt keine Identität. Überhaupt keine? Oder wissen Sie jedenfalls nicht zu benennen? Sie wissen sie nicht zu benennen. Ich glaube, das ist das Schwierige. Also wenn man zerrissen ist zwischen verschiedenen Heimaten oder Kulturen und die ja auch in sich auch immer widersprüchlich sind. Aber dann ist es, glaube ich, sehr schwer, erst mal nachzuvollziehen, woher dieses Zerrissen-Hetz-Gefühl kommt. Und dann ist es, glaube ich, auch eine, also, was heißt normal, aber was man als Reflex dann macht, ist sich dann erst mal zu besinnen, auf welche Identitäten spielen denn überhaupt eine Rolle in mir. Und das heißt, diese Bewegung, die Sie beschreiben, hinzu, da wird eine Identität angegriffen, dann zieht man sich erst mal darin zurück, man gräbt sie aus. Man nimmt sie erst mal stärker vielleicht noch mal an als vorher. Das ist, glaube ich, erst mal, also, aber wie radikal das dann passiert, ist eine andere Frage. Aber diese Bewegung, die kann ich auch nachvollziehen. Ich bin auch für das Buch nach Tunesien gereist, das hat unglaublich was mit mir gemacht, natürlich. Vorher war die Piennoir-Identität in mir nicht so relevant. Sie wurde immer größer und wichtiger für eine Zeit. Also, sie war angelegt, aber nicht aktiviert? Ich habe sie nicht verstanden. Sie haben sie nicht verstanden? Also, ich habe viel geerbt von meiner Mutter an Sichtweisen, an Küche, an Kultur irgendwie. Das war selbstverständlich Teil unserer, aber ich habe nie darüber nachgedacht und ich habe es nicht verstanden. Und als ich in Tunesien war, habe ich, also, bei manchen Gesten oder so, denen die Frauen, zum Beispiel diese Geste, wenn kleine Kinder an eine große Straße kommen und die Mütter machen sehr radikal so die Hand davor und so. Und dann, also, dann dachte ich, ah, das kenne ich. Oder so ein Geräusch, wenn man genervt ist, in die Zungen schneit. Dann hat das plötzlich einen Rahmen bekommen. Genau, also, das war mir plötzlich so vertraut und das wurde mir da erst klar. Nur, was ich Sie schon immer mal fragen wollte in Ihren Ausführungen, Herr Mansour, ist, wenn Sie von Mehrheitsgesellschaft sprechen, frage ich mich, je mehr ich mich mit Fremdsein und diesen Identitäten in mir und um mich herum beschäftige, wer ist das eigentlich? Denn wir hatten auch zu 30 Jahre 89, 30 Jahre 90 diesen Diskurs über, wie Ostdeutsche eigentlich teilweise total anders groß geworden sind, wie sie auch eine Heimat verloren haben, also wie migriert sind, ohne umzuziehen. Dann haben wir Leute wie ich, die eine verwochene Geschichte haben, französischer Hintergrund, tunesischer Hintergrund, mein Vater ist Friese. Also je genauer, dann haben wir die Vertriebenen, als ich ihr Buch gelesen habe, dachte ich auch, meine Gott, also ich wusste das nicht, 15 Millionen Leute, die auch, also und dann weiß ich auch, dass in der Willkommensbewegung viele davon aufgrund ihrer Familiengeschichte und Vertriebenengeschichte aktiv waren und dachte, ah, interessant, das spielt also auch bis heute noch eine Rolle, dass man Fremdheit mal erlebt hat. Das heißt, wer ist diese Mehrheitsgesellschaft? Das ist so divers. Ich gebe Ihnen recht, das ist ein politischer Begriff und das ist eine Fremdzuschreibung. Aber es ist etwas, was eigentlich in unseren Kopfnopfen auch existiert. Ich mache keinen Unterschied. Ich lehne auch den Begriff Migration Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass man drei Generationen warten muss, damit die Leute dann irgendwie zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Ich will auch diese Unterschiede nicht machen, aber es ist ein politischer Begriff, den man nutzt und das ist eine Fremdzuschreibung von beiden Seiten. Von denjenigen, die seit langem hier leben und von denjenigen, die neu dazugekommen sind. Aber Mehrheitsgesellschaft ist doch kein statischer Begriff. Nein, kein was? Es ist kein statischer Begriff, würde ich mal sagen. Also ich finde das eigentlich interessant, sich diese Gesellschaft eben einfach mal anzuschauen, wenn wir überlegen, über wie viele Zwangsmigrationserfahrungen es in der deutschen Mehrheitsgesellschaft gibt. Das sind mehrere Schichten. Aber nach 1945 angefangen, eben 14 bis 15 Millionen deutsche Vertriebene, Spätaussiedler. Aber es kommen auch andere Flüchtlinge, Vertriebene zu uns aus anderen Gesellschaften. Und die bilden ja dann über 75 Jahre nach Kriegsende auch einen Teil der Mehrheitsgesellschaft. Also deshalb, denke ich, gibt es in dieser Mehrheitsgesellschaft, wenn wir darüber mehr reflektieren, auch einen Resonanzraum für diese Geschichten von Fremdheit und vom Anderssein. Und ich glaube, das müssen wir einfach viel mehr wachrufen in unserer Gesellschaft. Diese Mehrheitsgesellschaft ist kein homogener, monolithischer Block, sondern da sind diese Geschichten genauso zu finden. Und das finde ich eben so spannend. Das sind auch dialektische Prozesse. Absolut. Jedenfalls in einer demokratischen Gesellschaft. Was ich in Ihrem Buch noch sehr spannend fand, war die Bedeutung der Literatur. Also die Literatur verbindet eigentlich nicht nur Frankreich und den Maghreb über die Auseinandersetzung mit Camus, sondern alle drei Frauen lesen sehr viel und sind eigentlich irgendwo auch über die Literatur verbunden. Also das hat schon auch mit Identität zu tun. Ja, genau. Das Lesen hat, glaube ich, was Verbindendes, kann aber auch eine Fluchtfunktion haben. Also Mami, die Großmutter an dem Buch, die liest unglaublich viel und sie liest die letzten 20 Jahre ihres Lebens eigentlich nur noch. Es ist ein Buch zu Boden fallen, damit der Nachbar unter ihr weiß, dass sie noch lebt. Genau. Im zweiten Alter von 100, glaube ich. Mit 100 lebt sie alleine und der Nachbar macht sich Sorgen und sie verabreden, dass sie jeden Morgen ein Buch fallen lässt. Und das hört er dann, um zu wissen, es geht ihr gut, sie lebt noch. Und ich glaube, dass Literatur kann halt auch Flucht bedeuten aus einer Gesellschaft oder aus einem Leben, in dem man eigentlich sich gar nicht so zu Hause fühlt oder nicht so gern aufhält. Und sie liest, um auch wegzukommen aus diesem Leben, weil sie sich fremd fühlt in Paris, in Frankreich, liest sie sich teilweise zurück nach Tunesien oder zurück raus in die Welt. Und ich glaube, Literatur kann Heimat auch ermöglichen, so wie wir über die Küche gesprochen haben. Das kann Literatur eben auch. Und ich habe, also hier stehen ja jetzt zwei Sachbücher und eins ist eben ein Roman. Und ich habe diese Form gesucht und habe eben auch keine Autobiografie geschrieben, um freier sein zu können und mich auch zu befreien von politischer Einordnung. Also um mich von dieser Frage zu befreien, sofort, was heißt denn das jetzt? Vielleicht auch von Ihrer eigenen Geschichte. Ja, genau. Also das ist ja auch eine Begrenzung, wenn man über sich selber schreibt. Genau. Also das ist erlaubend quasi, konnte ich mich dieser Geschichte nähern. Erlaubend den Figuren. Also ich konnte diese Sehnsucht nach einer Heimat, die ich politisch natürlich auch abgelehnt habe, konnte ich mich ganz viel offener nähern. Also wenn meine Mutter darüber gesprochen hat, über diese Sehnsucht, dann war mir gleich natürlich dieser Reflex von, ja okay, aber es war Kolonialismus. Und das haben ganz viele Leute, die ich kenne, erleben das mit ihren Großeltern, die vertriebenen Hintergrund haben, die teilweise so, ach, das war so die Natur und die so über ihre Heimat gesprochen haben und die Enkel waren sofort so, äh, das war Nationalsozialismus, bleibt weg, da schwingt gleich dieser Revanchismus mit. Und in der Literatur kann man sich eben davon erst mal ein bisschen befreien, um sich dem erst mal emotional überhaupt nähern zu können und das erlauben zu können. Für Sie war Literatur auch ganz wichtig. Ja, zum Beispiel ganz konkret, um festzustellen, dass eben diese nostalgische Verklärung von Heimat eben kein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Vertriebenen war, sondern letztendlich die Heimaterinnerung bei fast allen Vertriebenen und Flüchtlingsmilieus genauso ist. Also wenn Sie nach Karelien fahren oder bei den Pontusgriechen schauen, wird natürlich diese alte, versunkene Heimat genauso verklärt. Und ich fand das eigentlich für mich als Historiker in der Annäherung an dieses Thema unglaublich wichtig und hilfreich. Und vielleicht war es auch mein Interesse für Belletristik und Lyrik, dass ich immer wieder gemerkt habe, dass die Literatur weiter ist als die Wissenschaft. Weil Literatur versteht diese leisen Zwischentöne. So als Seismografen etwas zu fühlen, zu beschreiben, wofür mir als Wissenschaftler empirisch eigentlich die Grundlage fehlt. Also ein Beispiel ist Todesursache Heimweh. Christa Wolf schreibt darüber in Kindheitsmuster. Da steht in keinem medizinischen Handbuch. Aber Heimweh als Todesursache, man kann sich das schon vorstellen. Sie beschreibt das für die Zeit nach 1945, dass viele alte Menschen letztendlich an diesem Heimatverlust physisch und psychisch zerbrochen sind. Und das ist einfach für mich so eine wunderbare Brücke. Und die Literatur war für mich eine ganz wichtige Stütze, um mich diesem Thema auch als Menschheitsdrama zu nähern. Deshalb, also das ist wirklich, Literaturen sprechen über Heimatverlust. Also ich glaube, neben der Liebe ist es eines der ganz großen Themen der Weltliteratur. Also der erzwungene Heimatverlust und auch die Sehnsucht nach dieser Heimat. Also die, die glücklich in ihrer Heimat sitzen, haben sie auch gesungen. Also ich glaube, das gehört auch zusammen. Ich frage mich gerade, ob diese literarische Erhöhung auch eine Form der Verarbeitung ist. Sie haben ja auch gesagt, was war, bleibt. Und Sie sagen ja auch, was Sie erlebt haben, bleibt. Das Traumatische wie das Erfreuliche. Nicht nur was war, sondern das, was mein Vater erlebt hat, 40 Jahre bevor ich geboren bin, trage ich mit mir. Ich habe es erst bemerkt, als ich Vater geworden bin. Und auf einmal merke ich Muster, die ich von meinem Vater kenne und damals abgelehnt habe. Also diese Ängstlichsein, diese, diese, alles planen zu müssen, Sachen vermeiden, damit es um Gottes Willen nicht irgendwas schief läuft und so. Das ist in mir. Ich habe beim Lockdown ganz schnell bemerkt, ich reagiere wie mein Vater. Ich sammle, ich vorbereite mich auf eine Katastrophe. Und das gehört mir nicht. Das will ich eigentlich nicht. Aber es kommt halt, das wird auch teilweise geerbt natürlich. Mein Vater ist 46 geboren. Seine ersten zwei Jahre war er auf der Flucht, damals die Unabhängigkeitskrieg von Israel. Er ist ängstlich, er ist traumatisiert, er trägt viel Hass mit sich. Ich konnte mich von diesem Hass vielleicht befreien, aber von dem Trauma, das werde ich wahrscheinlich noch in mir tragen. Genau, darüber hatten wir im Vorgespräch, da haben wir ja auch schon gesprochen, dass Traumata sich auch vererben. Und das ist, glaube ich, bei Vertriebenen, also bei Menschen auch, die überhaupt Krieg erlebt haben, da wird es auch erzählt, wie sich das auch körperlich vererbt. Also wie durch das Zusammenzucken der Eltern an Silvester zum Beispiel, wie Kinder das dann auch schon in sich aufnehmen. Und ich habe das auch bemerkt und habe das auch versucht in diesem Roman darzustellen, die Vererbung von, nicht nur von Sehnsüchten und so weiter, sondern auch von Familientraumata und von Flucht. Und es gibt auch eine Szene in dem Roman, es geht auch viel, es ist ja auch ein feministischer Roman, es geht um drei Frauen und es geht ums Kinderkriegen und es geht auch um Abtreibung. Und es gibt eine Szene wie Lisa, also jetzt die dritte Generation, die Enkelin quasi, diese Wohnung betritt in Paris und ins Badezimmer geht und Angst, also richtig Angst bekommt vor diesem Badezimmer, weil sie weiß und aus Erzählungen kennt, dass ihre Mutter sehr jung dort eine Abtreibung hatte und sie, also das ist intuitiv, ich versuche das zu beschreiben, wie das sich vererbt hat, nicht nur über die Erzählung, sondern auch über das Körpergedächtnis, diese Erzählungen, die weitergegeben werden. Das heißt, man kann Dinge nicht nur, also man weiß, nicht nur rational, also Erzählungen der Eltern und Großeltern, sondern körperlich wird es vererbt, diese Traumata und das finde ich sehr interessant. Interessanterweise, das habe ich, natürlich kommt immer die Frage, ob ich auf Deutsch träume oder nicht und ich kann das nicht feststellen, keine Ahnung, aber alle meine Albträume finden immer in diesem kleinen Dorf, wo ich geboren bin. Also da, wenn ich aus Angst aufwache, dann ist es nie in Deutschland. Es ist immer da, wo ich geboren bin. Ja. Ist bemerkenswert. Ja. Das Zusammenführen dieser Identitäten, dieser unterschiedlichen, also historisch gesehen, dieses, was war, endet nicht, haben Sie es genannt. Ist das der Beginn oder der Anfang einer gelungenen Integration? Ja, auf jeden Fall erst mal eine Reflexion und vielleicht auch eine Selbstverständigung über das, was gewesen ist und ich glaube eben auch, diese Verarbeitung zuzulassen, dass es eine Aufarbeitung braucht, dass Flucht nicht mit dem physischen Ankommen endet, sondern eben weitergehen kann und ich glaube, das ist ganz wichtig, uns das einzugestehen und eben auch zu schauen, wo sind diese Menschen versehrt und wo tragen sie vielleicht auch in der zweiten und dritten Generation dieses Päckchen eben mit und ich glaube, das macht auch etwas mit Gesellschaft, wenn man das erkennt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch da komme ich wieder zu diesem Zuhören, sich genau diese Geschichten, die wir hier gerade besprechen, eben gegenseitig zu erzählen. Aber dafür, also für dieses Zusammenführen braucht es auch Neugier, also zu hören. Und Empathie. Und Empathie, aber überhaupt erst mal, also was mir eben fehlt im Miteinander gerade in der aktuellen Diskussion, also nicht hier, sondern in den sozialen Medien, in der gesellschaftlichen Debatte, es gibt so wenig Neugier im Moment, sondern die Lager stehen sich sehr verfeindet oft gegenüber und mir wäre einfach wichtig, dass man sich wieder kennenlernen will überhaupt, ja. Und das fehlt gerade ein bisschen. Mehr Offenheit. Herr Malzuhl, Sie haben das Schluss. Nein, zum Thema Integration, weil ich das auch für sehr, sehr wichtig halte. Es gibt so viele Politiker, die meinen, man muss die Sprache lernen, Arbeit finden und dann ist man integriert. Aber Integration ist ein emotionales Ankommen auch. Einfach zu begreifen, dass man in einem Land ist und dass man wohl fühlt in einem Land. Und dazu brauchen wir natürlich auch die Flüchtlinge, wir brauchen aber auch die Mehrheitsgesellschaft, die das ermöglicht, dass wir uns als Nachbarn begegnen, als Kollegen in der Schule begegnen und nicht immer nur herzlich willkommen in Bahnhofen zu rufen und dann geht jeder in seinem Welt und hat miteinander nichts zu tun, sondern diese Begegnung im Alltag, diese alltägliche Miteinanderleben ist die beste Integration und die müssen wir schaffen. Ja, das Schaffen von Gemeinsamkeiten auf der Basis von Empathie. Ich danke Ihnen für diese Runde Fremdsein, das Thema in der blauen Stunde auf dem blauen Sofa und das war's für heute aus Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.